so die hühner haben sind mir gefolgt hier sind noch ein paar hier ist noch ein kleiner der war gerade im gehege eingesperrt der ist dann auch von alleine wieder rausgekommen weil ich habe ihn einfach gelassen ich habe ihn sowieso nicht gekriegt weil die kleinen sind immer ein bisschen ängstlich bei den großen das ist was anderes die kann ich so fangen so und wieder zurück ja drusi und wieder zurück oder gehe ich mit euch ich gehe mit euch noch mal hier lang so noch mal mit andere stelle überall hier sieht jetzt auch nur bäume 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 ja du brauchst gar nicht hinter mir her kommen ich komme nämlich wieder zurück ich komme doch wieder zurück ja so alles klar also ich mache gleich noch mal an das habe ich euch gar nicht gezeigt hier ist eine mango die hängt auch voll bis unter das dach könnt ihr die sehen das ist eine mango alles voll komplett bananen mangos avocados hier ist ein zitronenbaum da hinten haben wir hibiskus aloe vera und hier noch mehr mangos 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 hier ist alles voll mit mangos so ihr lieben da ist die enten oma noch mal und jetzt muss ich mal eben das wasser holen für die innen drin und zwar sind noch ein paar im gehege selber weil weil das hier alles außen brüter sind gibt es hier auch keine eier weil du findest einfach die nester nicht und deswegen sind da drin auch noch ein paar das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht so sehen da sind jetzt noch so acht hühner die fühlen sich auch total wohl da sind noch drei meerschweinchen da hinten ja guck mal ja nur die musste eben halt super verpflegen weil da ist sonst nichts also da musste jeden tag bei gut aber da sind wir ja bei futter wasser frisch immer frisches futter so olli willst du reinkommen hierbei ich muss euch was zeigen hier kommt der knackfuß olli pass mal auf hallo hallo ich mache ein video hallo kommst du rein weiß nicht kann ich denn raus gucken ja komm rein hier ist überall hühner scheiße machst du die tür zu so stell dich doch nicht so an also hier ist der olli so ich mache mir eben schluss weil jetzt müssen wir mal eben glaube ich uns mal unterhalten also bis gleiche lieben